Wie gut kennst du das Verb gehen? Es hat nämlich viele Bedeutungen, vielleicht mehr als du denkst. Ich gehe heute Abend ins Kino. In dieser Bedeutung brauchen wir bei gehen immer eine Präposition. Welche Präposition? Nun ja, das ist ein Thema für ein anderes Video, ein großes, schwieriges Grammatikthema. Andere Beispiele. Ich gehe nach Hause. Ich gehe in den Park. Ich gehe zum Arzt. Kommen wir jetzt zur zweiten Bedeutung. Im Film geht es um den zweiten Weltkrieg. In dieser zweiten Funktion drückt gehen immer aus, was das Thema ist. Das Thema eines Buches, eines Filmes, das Thema eines Gesprächs und so weiter. Gehen steht hier mit der Präposition um plus Akkusativ. Andere Beispiele. Worum geht es in diesem Buch? In diesem Buch geht es um das Leben von Albert Einstein. Kommen wir jetzt zur dritten Funktion. Wie geht es dir? Diese scheinbar einfache Frage hat es wirklich in sich. Zum einen haben wir immer es als Subjekt, hier abgekürzt in der Form Apostroph es. Und zum anderen brauchen wir die Person immer im Dativ. Also gehen plus Dativ. Andere Beispiele. Wie geht es deiner Schwester? Danke, es geht ihr sehr gut. Und wie geht es deinem Onkel? Danke, es geht ihm auch sehr gut. Und wie geht es Stefanie und Markus? Vielen Dank, Ihnen geht es auch sehr gut. Gut, kommen wir schon zur vierten und letzten Funktion für heute. Das Beispiel lautet hier morgen um 16 Uhr. Ja, das geht. In dieser Funktion bedeutet gehen also so viel wie etwas funktioniert oder etwas ist möglich. Andere Beispiele. Mein Fernseher geht leider nicht mehr. Mein Handy geht leider nicht mehr. Oder was? Das hat er wirklich gemacht? Das geht mal gar nicht. Das finde ich unmöglich. Kennst du weitere Funktionen oder Bedeutungen des Verbs gehen? Wenn ja, schreib sie bitte unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.